hallo leute meine kleine session heute die power walls wollen wir uns mal anschauen auf 80 cent hoffe dass das geht nebenbei knallen wir noch mal die 290 euro runter hier beim blue diamond jetzt mal viel spaß bei den power walls ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020